Guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Titan Quest Immortal Throne und willkommen zurück hier beim gewundenen Abstieg, der gewundene, ne gewundene Abstieg, so jetzt habe ich es, leichte Kommunikationsfehler hier, so es geht weiter und ein neuer Abschnitt in dem Fall, haben wir nun gestartet. Und ich bin immer noch Level 39, im letzten Part haben wir eine Stufe geschafft und da sollten wir uns eigentlich mal ranhalten, dass wir noch ein bisschen höher kommen, die Monster werden immer heftiger, sind Level 40er, teilweise auch höher, sonst sehen wir bald alt aus gegenüber denen. Ich muss auch probieren, dass ich viel, viel mehr Sachen freischalte, also sekundär, ups, jetzt ist was runtergeflogen, ups, sekundäre Fähigkeiten, dass ich die ein bisschen mehr freischalte. Halt, da ist noch eine Höhle, da gehen wir noch kurz rein, wir wollen hier runterlatschen. Da sind wir hier oben noch gar nicht fertig, das Plateau machen wir noch fertig hier, da sind wir hier noch Sachen zum Erforschen, Elite. Ja, wenn dann nämlich mal ein gelber Gigant dabei ist, dann ist es schon ganz anders. Die Elite, das ist dann nicht mehr schön. Da geht's auch runter, okay. Dann machen wir erstmal hier draußen fertig, da können wir noch später reingehen. Ich hab gedacht, das ist nur eine kleine Höhle, aber dass es jetzt da so runter geht, oder? Kann halt sein, wir müssen nochmal zurücklaufen, bevor wir hier in die nächste Ebene kommen. Merkt euch einfach, dass da noch eine Höhle ist. Ich werde's wahrscheinlich eh wieder vergessen, so. Na, 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 na. So, da haben wir nochmal eine Handvoll Monsters. Achso, mich hat letztens eine gefragt, ob ich ihm den Zidiki schicken würde von diesem Spiel. Leider werde ich das nicht machen. Das mach ich nicht, weil ich hab's original, warum soll ich dann mein Zidiki hergeben? Hallo? Das würde ich niemals im Leben, würde ich das machen. Kauft es euch, wenn ihr es haben wollt. Post nicht mehr viel. Falls ihr Interesse am Spiel habt, könnt ihr unten in der Videobeschreibung nachschauen. Da ist ein Link zu Amazon. Da braucht ihr nicht mal googeln, ihr braucht einfach nur die Videobeschreibung auffragen. Da seht ihr es. Dadurch unterstützt ihr mich und die Publisher, die neuen, beziehungsweise die, die jetzt das machen. Ich glaub, Frostbite macht das jetzt, oder wie die heißen. Irgendwie sowas. Guck mal, hier gibt's eine andere Ebene. Ich geh nochmal hoch. Geh nochmal in den... In die Höhle grad rein. Weil ich glaube, hier geht's da nämlich weiter. Ah, was ich noch machen wollte, den Dialog nochmal anhören. Gesegnet seist du, Krieger. Du bist wahrlich ein Held. Als Zeus den Göttern befahl, zu gehen, dachte ich, ich wäre endlich frei. Ich versuchte Hades davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen. Aber Träume von Eroberungen haben seinen Geist vernebelt. Schließlich wollte ich ohne ihn gehen. Er konnte eine Welt ohne mich jedoch nicht ertragen. Daher kettete er mich hier an. Er glaubt noch immer, dass ich seinen Triumph sehen und mich ihm anschließen möchte. Das werde ich niemals tun. Persephone, der Odem des Frühlings, bringt neues Leben und keinen Krieg. Und ich bin machtlos gegen ihn. Du musst ihn besiegen. Soll sein Hochmut seinen Fall bedeuten. Gehe in seinen Palast. Stelle dich ihm und befreie uns von diesem Wahnsinn. Ja, das ist ja lustig. Ich als Halbgott muss hier Götter töten. Ja. Das hat was, ne? Da kommt. Ich höre nochmal welche. Da sind noch mehr. Da sind... Oh, da ist ein Ramob oder ein Boss oder wie auch immer. Irgendwas Wichtiges. Irgendwas Wichtiges ist da. Auf jeden Fall irgendwas, wo sich vielleicht lohnt zu töten, dass ich mir einen neuen Gegenstand bekomme. Wir sollen mal gucken, dass wir die ein bisschen einzeln anlocken. Dass es nicht so viele sind. Moment, ich schau grad mal. Was ist das für einer? Okay, das ist... Ein Dämon. Dysnomion. Dysnomion. Okay. Kann das sein, dass das ein... Ein Quest... Eine Nebenaufgabe ist, den zu töten? Okay, er kommt schon. Ah, shit. Okay, den einen haben wir. Oh, das sind zwei so gelbe. Vielleicht kriege ich den Kamm... Uuh! Der hat mir komplett alles entzogen grad. Und wir einmal hier saufen wieder. Wir brauchen das zwar nicht, aber... Na komm, bleib doch mal da. Hallo. Und wir töten mal alles, was er so hat. Oh! Alter, Falter. Das ist heftig. Komm, 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 komm. Heil dich, heil dich, heil dich. Ah, leck mich am Arsch. Heilige Scheiße. Boah, ist der Hardcore. Alter, ist der Hardcore. Boah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, da haben wir noch ganz schön was zum Rupfen hier. Scheiße, der steht da, der Sack. Muss aber erstmal kurz meinen Stein einsammeln. Wo ist er denn? Komm schon. Auf euch wieder, verreck. Liebe dir. Also, der kann irgendwas entziehen. Und zwar richtig übelst Leben. Der macht irgendwas. Dass es mir richtig böse Leben entzieht. So, okay. Und ran an den Speck. Hau ihn weg. Was für ein Spell macht denn der? Sag mal. Entzieht das mir Leben und Energie, der den Brunnen, wo er da macht? Die Pfütze. Vorsicht, da vorne ist noch einer. Junge, Junge. Nicht schlecht. Vielleicht mal einen Banner machen. Der hilft mir auch ein bisschen. Na komm. So. Mal ein bisschen aus dem Weg gehen. Und los geht's. Ran. Komm, hau mit dem Schild. Ja, er macht das nicht mit dem Schild, wenn er keine Energie hat, glaube ich, ne? Das geht da nicht. Da finden wir, dass wir uns hier halt drängen. Aber den schaffen wir kaum. Boah, der war mächtig. Aber der hat nicht mal... Nicht mal was Besonderes dabei. Und so schwer. Boah. Boah. Okay. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Ist da nochmal so ein Boss? Ne. Das ist nur eine kleine Kammer hier. Gut, dass wir nochmal zurück sind. Dann haben wir den wenigstens noch gekillt. Den haben wir noch mitgenommen. War das jetzt irgendwie ein Nebenjob oder so? Ne. Ah, das generelle. Also irgendwie finde ich es blöd, dass ich die Nebenquests nicht finde. Normal ist es hier so schlauchig. Da müsste normalerweise der automatisch kommen. Wenn man komplett alles aufdeckt. Das mache ich ja. Aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Naja. Kann man nichts machen. Gehen wir mal ab in die nächste Ebene. Spinnen? Auf bilden. Spinnen. Spinnen sind ekelig. Ja, besser wie Skelette. Wobei, wer mag eigentlich Spinnen nicht? Das ist doch... Oder beziehungsweise, wer mag eigentlich Spinnen? Also ich nicht, so rum gefragt. Das ist doch ekelhaft. Oh! Gesperrt. Gibt es hier irgendwo einen Hebel? Da muss es doch bestimmt irgendwo was geben. Wo man das aufbekommt hier. Na, warte. Ich finde noch was. Ich werde mir da irgendwas an den Statuen hier machen. Noch einen Haufen. So, da haben wir nochmal einen Gesundheitsdrag. Und viel, viel Gold. Aber an den kann man nichts machen. Geknechtet. Alle gesperrt hier. Also muss man die nicht befreien. Okay. Schade. Wäre auch toll gewesen, wenn wir hier mal noch ein bisschen den Held spielen können. Aber, naja. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Hier ist welches mal noch ein Brunnen. So, was haben wir denn hier Schönes? Jetzt haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Mehrere Gänge. Wir nehmen einfach mal eine. Oh, das ist gruselig hier drin. Hier sind die ganze Zeit schreien sie rum. Pfui. Aber hier brauche ich nicht so viel Heil trinken. Das ist toll. So könnte von mir aus jetzt das ganze Spiel sein. Wieder eine Bronze Tür hier. Hier ist mir bald Türen. Ja. Da ist nix. Da ist gesperrt. Geh mal hier rein. So, hier ist auch noch eine Kamera. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt nicht richtig bin jetzt. Es wäre immer doch schön, wenn ich irgendwo Charakter finden würde, mit dem ich ein bisschen sprechen könnte. Aber irgendwie ist hier nix mehr. Sollte ich hier reingehen? Alter, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt da durchgehen muss. Ich tue es einfach. Weiß ich nicht. Komme ich hier wieder zurück? Ja. Okay, sie kommen mir alle hinterher. Das ist ja toll. Sie können auch Portale benutzen. Super. Finde ich toll. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommen nur noch Spinnen jetzt. Ah, guck mal, hier ist ne Quest. Ich weiß gar nicht, von wem habe ich überhaupt die Quest hier noch bekommen, ey. Das weiß ich gar nicht mehr. Ist ja das Tolle dran. Oh, die kommen ja alle schön hinterher. Na super. Oh, sogar der Quest. Gegner kommt. Betäubt mich. Jetzt komm her. Komm her. Vielleicht sind das seine Generäle. Vom Hades. Hies ja, Hades Generäle. Ich hätte rausgehen sollen. Shit. Jetzt hat er mich natürlich erwischt. Jetzt müssen wir meinen Stein wieder. Der hat so eine Suppe gemacht aus Feuer. Und die hat mir jetzt gerade das Leben gekostet. War hier nicht noch irgendwas? Nee. So. Kein Problem. Wir holen uns erst unseren Stein wieder. Genau das hier. Da müssen wir raus, wenn das kommt. Das ist nicht cool. So, weil das macht er ab und zu. Und er hat es wieder getan. Raus hier. Wir müssen ihn dann ein bisschen weglocken. Vielleicht kriegt man ihn hierher. Jawohl. So. Weil wenn er das tut, der Rest ist gar nicht so schlimm. Ah, gut. Und den Rest nur mitnehmen. War doch noch was. Vielleicht gibt es da noch eine Drohe, Kiste, Sonstiges. Jawohl. Wenn wir schon mal da sind. Warum zum Teufel verrecke ich eigentlich an jedem Gegner hier gerade? An jedem Boss, wo ich gerade kille, verrecke ich. Das gibt es doch nicht. Heute ist wieder so ein Tag. Da hat man nur Pech. So, hier gibt es aber nochmal zwei Gänge. Das geht hier einmal bergab. Das kann sein, dass wir jetzt hier drin sind, bei der Tür, wo wir Freunde vorgestanden sind. Da frage ich mich aber gerade, was ist auf der anderen Seite. Moment, da gehe ich nochmal kurz zurück. Da kommen wir eh gleich rein. Weil hier ist nämlich auch nochmal ein Gang. Seht ihr? Hier. Und was ist da? Ah, hier kommen wir. Hä? Achso, das ist der Gang, wo es runter geht. So. Bin ich doof? Okay. Ich mache jetzt aber erstmal diese Seite noch. Dann müsste er dann eigentlich sozusagen das gleiche sein, nur Spiegel verkehrt, oder? Kann sein nämlich, dass hier auch nochmal so ein General ist. Werden wir gleich sehen. Oh! Wir haben Stiefel bekommen. Und die Stiefel sind perfekt. Jawohl. Super. Die sind gut. Die sind, glaube ich, auf jeden Fall besser. Jawohl. Da geht auf jeden Fall die Gesamtrüstung hoch. Alles geht hoch. Und da können wir das da hier nämlich verkaufen. Moment, dann tun wir das gerade mal hier rein, Sachen zum Verkaufen. Und das hier tun wir auch hier rein zum Verkaufen. Sehr schön. War perfekt. Jetzt machen wir mal die Karte an. Hey, die haben einen Kokon um mich herum gemacht. Hier haben wir noch leider gesperrt. Komm mal nicht ran an die armen, verlorenen Seelen. Voll geil, die neuen Stiefeletten. Und geht's hier rein? Nein, hier ist kein Eingang. Und hier geht's wahrscheinlich auch wieder nach unten. Jawohl. Da ist noch mehr Ruhe. Die Tür können wir noch kurz blindern. Dann machen wir noch kurz hier auf. Nein, ich mag das nicht, wenn die so mich in die Enge rein treiben. Dann haben wir noch auf. Schön, wie sie das gebaut haben hier. Und schnappen uns noch die Nächsten. So. Auch erledigt. Wir schreien der Erfahrung, das ist gut. Müssen wir nur hier Gegner finden. Na komm. Schlagen wir die alle zusammen. Mann, wieso komm ich da nicht rein? Da sind noch Gegner. Guck mal hier. Was sind das? Dinosaurier? Die sehen so komisch aus. Guck mal hier. Oh. Okay, okay, okay. Ich lass es. Okay. Alles klar. Das sind keine guten Freunde. Das sind schlechte Freunde. Die mag ich nicht. So. Da ist noch einer. Wie jetzt? Ne. Ist das? Oh, da ist wieder einer. Makaria. Das Auto ist im General. Was hat der? Hat der Gift oder was? Vorsicht. Jawohl. Der hat Gift. Ich weiß nicht, wie resistent ich gegen Gift bin. Keine Ahnung. Wir haben aber noch ein paar Heiltrinke. Dürfte reichen. Und so wie es aussieht. Haben wir eigentlich eine ziemlich hohe Resistenz. Oh, der Wichser. Alter. Uns fehlt ein bisschen eine feuerresistenz, ne? Aber. Gehen wir noch mal eine gute Chance. Jawohl. Nebenaufgabe. Hades Generäle. Ist erledigt. So. Belohnung haben wir bekommen. Und plus 5% Gesamtschaden. Haben wir auch gekriegt. Dann haben wir den auch geschafft. Den Auftrag. Sehr gut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich 5% Gesamtschaden bekomme, dann bekommen die 10%. Man bekommt es dann gerade wieder heimgezahlt irgendwie. So hat man das gefühlsmäßig hier ein bisschen. Noch 22 Heiltrinke. Auch nicht mehr so besonders viel jetzt. Ey, warte mal. Moment. Auf der anderen Seite war auch noch ein Eingang. Ich will erst wissen, wo es dahin geht. Da drüben nämlich. Kann auch sein, ich komme jetzt auch gleich nochmal da unten raus. Wo komme ich raus? Auch da unten? Jawohl. Okay. Ja, ein Viertel haben wir wieder aufgefüllt von unserer EP. Also ein gutes Viertel. Und... Ja, mit viel Heiltrinken kommen wir gut voran. Aber ich bin nicht froh, wenn ich immer hier rauskomme, hier unten. Das ist irgendwie nicht so schön. Hier fühle ich mich nicht wohl. Ich will weg hier. So, das Tod und Verderben hier, das ist doch nicht... Oh. Ich möchte wieder ein bisschen Fröhlichkeit in meinem Leben erleben. Draußen an der frischen Luft. Okay. Hauen wir die alle weg? Ui. Da hat es wieder ein Geräusch gemacht. Lebt er noch? Ne, der ist tot. Der steht nur am Abgrund und will nicht runterfliegen, der Sack. Oh. Oh. Zentrieren. Eigentlich reicht's ja, wenn man denen eine mitgibt, die fliegen dann eh irgendwann um. Außer der Drecksack. Was ist los? Geht doch. Was habt ihr denn für ein Problem? Guck mal, hier sind noch ein paar. Oh. 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 Was ist denn das für ein Mistwieg? Oh, ein Rahmob. Oh. Oh. Alter. Was kann denn der jetzt hier schon wieder? Der macht mir einen Teppich aus irgendwas, aber das tut weh. Er wird's gleich wieder tun. Aber vorher. Jawohl. Wird der sterben? Schlüssel des Seelenwächters. Den brauche ich bestimmt, oder? Aha. Schlüssel des Seelenwächters. Was kann ich mit dem machen? Große Kiste. Also für eine Truhe brauche ich das wahrscheinlich nie. Ich habe noch nie... Oh. Ich habe noch nie eine Truhe erlebt, wo ich... ...nen Schlüssel brauche. Ich glaube, das gibt's hier gar nicht. Hallo. Karte. So. Moment, da ist, glaube ich, noch irgendwie ein... ...da geht's rein hier. Ich will hier erstmal alles töten. Bevor ich weiterkomme. Was ist hier? Ah, hier ist nochmal so ein Kristall. Was es mit den Kristallen auf sich hat, das weiß ich auch noch nicht. Das muss ja irgendwie... ...etwas Besonderes sein. Das ist nämlich auch noch so ein unbeschriebenes Blatt hier. Das ist ja hier... ...da bekomme ich irgendwie... ...ein Gegenstand... ...immer mal wieder. Seht ihr? Und den kann ich dann auch mal zusammenfügen... ...zum einen kompletten... ...und dann weiß ich nicht, was dann ist. Auf jeden Fall muss ich mal kurz in eine Stadt. Oh, wie macht man nochmal ein Portal? Wie ging das nochmal? Portal machen? Hallo. Ähm. Gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube, hier... ...Portalstein hier. Ich sollte nämlich mal kurz in eine Stadt gehen. Elysion, oder? Ich muss gucken. Weil... ...ich brauche einen Händler. Leben? Das Heldentum endet nicht mit dem Leben. Schau auf die Felder vor dir. Große Taten, wie schon immer. Ja. Schön. Jetzt verkaufen wir erstmal ein paar Gewürzeitstränke... ...und dann kannst du weiter predigen. Nehmen wir also 100 Stück mit, oder so. Machen wir halt mal voll... ...nen Rucksack. Oh. Perfekt. Machen wir auch mit dem Ring. Den tun wir weg. Da haben wir noch was zu verkaufen. Weg mit. Data here. Ich weiß nicht. Ich kriege es irgendwie nicht übers Herz, das Zeug zu verkaufen. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl. Das Ding ist einfach nur geil. Aber... ...das Problem ist, wenn ich das Teil hier reinmache... ...dann ist das Gefühl weg. Weil das Ding hier einfach irgendwie mehr Schaden macht. Dann kann ich das ja rein theoretisch auch verkaufen. Und das Ding hier auch. Weil das ist ja dann auch nicht so gut. Wie das. Komischerweise. Gut, ich habe da noch ein paar Sachen drauf, ne? Ja. Dann behalte ich doch lieber die zwei Sachen. Wobei, ich könnte ja eigentlich das hier mal da reinmachen. Und das da reinmachen. Den hier habe ich mal auf. Man kann ja nie wissen. Dann ist das wenigstens mal verräumt. Und ich kann jetzt hier... erst mal weitergehen. Und... weiter metzeln. Wieder zurück. Och man, hier draußen ist es so schön. Und ich muss wieder rein hier ins... ...verderben. Hm. Das ist doch einfach nicht nett. Das ist einfach ungerecht. Aber ich sehe schon, hier vorne kommt die nächste Quest. Aber wir sind wieder gut ausgerüstet mit Tränke. Wir können jetzt weitermachen. So, da ist nochmal ein Boss her in der Nacht. Oh. Und noch ein paar andere. Na toll. Locken wir die erst mal weg hier. Ey. Wie weit folgt ihr mir? Ja, genau. Hau ab. Scheiß Boss. Der hat mir auch wieder alle Sachen entzogen. Leben und Energie. Ich weiß nicht, wie stark ist denn der? Na, komm mal her. Ach, der macht auch so eine Suppe auf dem Boden. Kein Dunder. So, jetzt komm mal ran hier. Ah, shit. Ey. Der sieht genau, wo ich hinlaufe. Und dann kann er mich abknallen, der Sack. Heilige Scheiße nochmal. Nochmal ran. Ei, 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 ei. Aber na warte, ich krieg dich. Will man den vielleicht auch mit einem Pfeil und Bogen machen? Ah, nee. Schaffen wir nicht, oder? Hm. Auf jeden Fall ist es auch ein Wächter. Vielleicht brauchen wir von dem Schlüssel. Also springen können wir den auf jeden Fall nicht. Den müssen wir töten. Aber jetzt hole ich meinen Stein zurück. Vor allem nicht, wie der killt. Also das entzieht mir irgendwie alles, ne? Das Vieh. Ich glaub, sobald ich an den rangehe... Was macht denn das? Dass mir das Leben entzogen wird. Ich muss ein bisschen so laufen. Der Drecksack. Haut rauf. Gib ihm. Gib ihm Saures. Komm. Er macht mir keinen Schaden. Komm, komm, komm. Hat er mich betäubt, der Hund? Würde ein bisschen aufladen. Guck. Oh, das ist doch ein Wichser, ey. Haut er mich genau vor den Latz. So, jetzt komm. Hau ihn runter. Gut. Seelenstein. Mhm. Ganz wahrscheinlich mit Drohnen. Müssen wir kräftig. Scheint zu... ...durchströmen. Warte mal. Seelenstein? Das bedeutet... Halt! Ich glaub, wir haben... Wir müssen den Sticks... Ich glaub, wir haben für die Schatzkammer... ...haben wir nochmal so ein Steingrad bekommen. Ne, das ist nicht hier. War das der Hain? Wisst ihr noch? Hades Schatzkammer. Da war's auch nicht. Das ist das Flüchtlingslager. Rotos... ...hades Hein. Jetzt, Moment, Moment, Moment. Wir werden jetzt gleich sehen, was ich mein. Das ist es auch nicht. Hat aber auch noch eine Quest offen hier. Wo war denn das? Hier. Genau. Hier müssen wir raus. Richtig. Ja, ja, ja. Aber ich renne jetzt mal kurz durch. Die sind eh niedrigschufig. Die machen mir eh fast keinen Schaden hier. Lohnt sich nicht, die anzugreifen. Wie großartig. Oh, immer hier geht meine Frames in den Keller. Schön, ne? Rein theoretisch müsste ich hier... War das hier unten? Jawohl, hier müsste mir der letzte Stein fehlen. Das kann sein, dass es nämlich das hier ist. Und dann komme ich nämlich in die Schatzkammer rein. Sollen wir leveln die Scheißfiecher mit? 43er? Yeah! Nebenaufgabe geschafft. Hades Schatzkammer. Da sind wir. Und nun werden wir hoffentlich belohnt. Richtig geil. Aber... Bis jetzt ist nichts Besonderes drin. Das ist ein Haufen goldenes Zeug, aber... Das ist für uns natürlich... Nutzloser Krempel. Da ist ein grünes... Da ist ein grünes... Auf jeden Fall. Da geht die Stärke jetzt mal richtig hoch. Seht ihr? Im Vergleich. Und auch der Schaden pro Sekunde steigt. Und die Rüstung steigt auch. Kann man auf jeden Fall das hier verkaufen. Das brauchen wir nicht mehr. Perfekt. Hat sich schon gelohnt. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Wir haben Hades Schatzkammer geschafft. Das ist mal endgeil. Richtig geil, Mann. Boah. Und wir haben... Auch... 100.000... EP bekommen. Und jetzt können wir wieder zurückgehen. Ja, mit den Armschienen müssen wir jetzt eigentlich schon fast ungesiegbar sein. So, dann gehen wir wieder zurück nach oben. Zum Portal und... Lassen uns wieder zurück teleportieren. Guck mal, hier... Hier lagts immer. Ich weiß nicht warum. Das ist mir schon die letzten paar Mal aufgefallen. Da gehen mal kurz meine Frames im Keller. Keine Ahnung. Und tschüss. Ja, ja. Klopft ihr ruhig auf mir rum. Ich bin schon weg. Das hier liegt immer noch rum. Was ist denn das? Hey, das zuckt noch. Normalerweise sollte man da gerade nochmal draufschlagen. Drecksviech. Und rein in eine gute Stube. In den Kristallsaal. Oh, jetzt könnt ihr aber auch mal wieder hier langsam in den Punt kommen. Vielleicht war gar kein Fehler. Oha. Oh, die Seuss. Gewitzheit. Gewitzheit. Autsch. Hey, da ist irgendwie Strom drauf auf den Dingern. Tut mir das weh? Soll ich da nicht durchlaufen? Ich riskier's mal nicht. Oh. Oha. Nö, ich bin grad durch den Blitz durchgelaufen. Ich glaub, es macht mir nichts. So, da haben wir noch ein paar Kristalle, die wir zerstören können. Und wieder eine Essenz raus hier. Dort auch. Oh, wieder eine Nebenaufgabe geschafft. Und hab auch die Belohnung bekommen. Jawohl. Jetzt ist nur noch eine Informationsquelle auf. Und das weiß ich nicht, ob ich das noch schaff. Auf jeden Fall haben wir jetzt einiges wieder geschafft. Kann man stolz drauf sein. Das, was ich so lange nicht mehr gespielt hab. Jetzt kommt bestimmt noch ein Boss, oder? Aha, das. Hates. 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 Scheiße, Alter. Ich bin bei Hades. Ich weiß noch gar nicht, wie ich den besiegen soll. Ich hab keine Ahnung. Ich geh jetzt einfach mal auf den drauf und versuch den einfach mal zusammen zu kloppen. Wir haben ja seine Armschienen. Aus der Schatzkammer von ihm. Dann müsste ich ihn ja jetzt eigentlich rein theoretisch super besiegen können mit dem. Hau drauf auf den. Guck mal, ich bekomm gar keinen Schaden. Geil. Oh. Okay, 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 okay. Okay, er ist wütend. Er ist wütend. Ja, er trifft mich gar nicht. Das ist ja geil. Er macht mir so wenig Schaden. Olympia. Wir haben ihn gleich besiegt. Wir haben ihn gleich besiegt. Schön gegen heilen und... Alter, ist das geil, wir haben Hades besiegt. Oh, nur nicht ganz. Okay. Boah. Boah. One hit. One hit. Boah, der Bastard. Okay, wir müssen noch den Geist von Hades töten. Alter, wir sind bei Hades. Alter, ist das geil. Und geil ist das. Hey, den Bastard machen wir fertig. Scheiße, es ist ja kein Brunnenmeister unten. Ey, aber was hat der gerade gemacht? Das hat uns mal ganz kurz alles weggepustet. Wie soll man den schaffen? Ach du meine Güte. Jetzt muss ich erstmal meinen Kristall einsammeln. Beziehungsweise meinen Sarg. Ne, halt. Ich bin ganz außer Puste. Boah. Junge, Junge, Junge. Also ich glaube, wenn wir den besiegt haben, ist das Spiel eh vorbei, ne? Wenn wir es schaffen. Ich habe zwar noch einen Pfeil und Bogen, mit dem könnte ich es auch noch probieren, aber... Hm. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, warum... Warum kommt hier kein Brunnen? Das ist ein bisschen fies jetzt hier, ne? Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen, wenn ich sterben sollte. Was ist jetzt? Kristallbarriere. Also klar, die geht zu, ne? Das ist tödlich, das Ding. Also wenn es mich... Wenn mich das hier trifft, dann habe ich echt ein Problem. Moment, ich sollte mal ganz kurz aufs Inventar gehen. Ich sollte mal kurz den Bogen reinmachen. Weil ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen auf Fernkampf bleiben. Ey, wieso kann ich den nicht anlegen? Scheiße, ich würde das hier mal sagen. So, jetzt. Okay, mit dem Bogen können wir es vielleicht schaffen. Boah, das Ding, das ist nicht mehr normal, ey. Komm, halt dich, halt dich, halt dich. Immer schön im Kreis laufen. Ich könnte auch ein bisschen abschätzen. Inwiefern er das macht mit dem Teppich. Weil ich weiß es nicht. Ja gut, er wirft dann so Kugeln auf mich. Und wieder ein Strahl. Guck mal, jetzt habe ich das so tolle Waffen und ich kann nicht mal die fucking Waffen benutzen. Alles gut, der Tod, ne? Alter. Nicht schlecht. Das war ein Volltreffer. Okay, er macht den Intervall. Er hat nicht wirklich einen Intervall. Er schießt einfach nur ab und zu so in so einen Teppich raus, ne? Wenn mich das dann trifft, das tut richtig weh. Das ganze Zeug ist hier. Oh, ich hätte es nicht gedacht, dass wir den noch schaffen. In diesem Part. Okay. Hier ein bisschen auffüllen. Soll ich mal einen Nahkampf versuchen? Boah. Also das ist... Das Problem ist, wenn er die Kugeln macht, dann... ...die mich treffen. So, ab und zu können wir mal an ihn ran. Aber wir dürfen nicht zu lang dranbleiben. Und wenn er das hier macht, das ist natürlich dann... ...okay, er hat mich irgendwie getäubt. Oh, oh. Jetzt aber einmal im Kreis laufen, bitte. Müssen wir erstmal wieder hochheilen, ne? So, jetzt. So, jetzt machen wir die komischen Kugeln. Und ran. Betäubung. Wie viel hat er noch? Der ist noch voll, ne? So, und ran. Der hat gar nicht mehr so viel. Der ist gleich fertig. Ja, ja. Lass ich wirklich nochmal machen hier. Ah, Mist. Wie er die komische Bubble auf dem Boden hatte. Ja, komm. Weg. Und ran. Yeah! Ich glaub, ich hab ihn. Ich glaub, ich hab... ...Hardes Essenz. Ja, wir haben Hardes besiegt. Und er hat nur Scheiße dabei. Er hat wenigstens... ...der Thron des Unsterblichen. Wir haben ihn besiegt. Wir haben Hardes besiegt. Und wir dürfen nun mit einer netten Dame sprechen. Du hast sowohl einen Titanen als auch einen Olympia besiegt. Von diesen Tag an sollst du bekannt sein als Fluch der Götter. Ich werde meinen Gatten holen und gemeinsam werden wir uns den anderen Göttern anschließen. Wir überlassen das Jenseits den Händen der menschlichen Richter. Denn sie haben gezeigt, dass sie gerecht und voller Gnade sind. Das Zeitalter der Menschen ist jetzt wahrlich angebrochen. Denn nun herrschen sie über Leben und Jenseits. Ich danke dir und öffne den Weg nach Griechenland. Oder wohin auch immer dich dein nächstes Abenteuer führen wird. Yeah! Du hast sowohl einen Titanen als auch einen Olympia besiegt. So, ab geht's. Möchten sie das geheimnisvolle Portal betreten? Jawohl, möchte ich. Und wir haben es geschafft! Yeah, Leute! Das Spiel ist vorbei. Titan Quest Immortal Throne ist beendet. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Mit eurem Rufnetz. Ciao! Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.